Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Headman Software. Sehen Sie, wie man Raspberry POs auf einem normalen Computer installiert, wie man verlorene Daten von Raspberry POs wiederherstellt. Wenn Sie ein Betriebssystem für einen schwachen PC benötigen, lohnt es sich, Raspberry POs zu installieren. Es ist das offizielle Betriebssystem für den Raspberry PI, das auf dem Linux OSDBN basiert. Der Raspberry PI ist ein kleiner, ein-Platin-Computer, der genug Leistung hat, um verschiedene Aufgaben auszuführen. Das Raspberry-Betriebssystem umfasst Webbrowsing, Offset und Software und wurde mit der Einführung des Pixel-Desktop für eine einfache Bedingung und ein verbessertes Erscheinungsbild neu gestaltet. Wenn Sie kein Raspberry-Gerät besitzen, aber Ihren alten PC wieder erleben wollen oder einfach nur sehen möchten, wie dieses Betriebssystem funktioniert, können Sie es auf einem normalen PC installieren. Bei jedem Betriebssystem gibt es unerwartende Abstürze, Fälle oder versägliches Loschen von Dateien, die zum Verlust wichtigen Informationen führen können. Wenn Sie mit den Verlust wichtigen Dateien von Raspberry POs konfrontiert sind, werden wir in diesen Videos auch den Prozess der Widerstellung von versägliches geloschten Dateien von Raspberry POs behandeln. Die Installation von Raspberry POs auf dem PC ist recht einfach. Zunächst einmal müssen Sie folgendes herunterladen. Ist so ein Mensch des Betriebssystems von der offiziellen Website herunterladen. Wir benötigen die Raspberry-Desktop-Version. Um sie herunterzuladen, klicken Sie auf die Schaltfläche Download. Sobald der Bootvorgang abgeschlossen ist, müssen Sie einen bootfertigen USB-Stick erstellen. Unter Windows ist ein gutes Programm für diesen Zweck, ein Disk-Imager oder Rufus. Für einen bootfertigen USB-Stick benötigen Sie einen USB-Stick mit mindestens 2 GB Speicherplatz. Schließen Sie das Laufwerk Ihren PC an und beginnen Sie mit der Erstellung des bootfertigen USB-Sticks. Wenn Sie fertig sind, schließen Sie ihn an den PC an, auf dem Sie das Boot-System installieren möchten. Starten ihn, öffnen das Boot-Menü und boten von USB-Stick. Drücken Sie die Taste F12, um ein bootfertiges Gerät auszuwählen. Daraufhin wird ein Fenster mit verschiedenen Boot-Optionen angezeigt, anschließend der Möglichkeit, das Betriebssystem ohne Installation zu starten, mit der Option Dateien zwischen den Start zu speichern und so weiter. Wählen Sie auch der Liste Grafische Installation und drücken Sie die Eingabe-Taste. Im nächsten Schritt müssen Sie die Tastatursprache auswählen, Continue. Danach beginnt das Programm mit dem Scannen der Hardware, dem Kopieren von Paketen und anderen automatischen Einstellungen. Allnächstes müssen Sie die Festplatte portionieren. Für die manuelle Portionierung wählen Sie Manual. Ich wähle die erste Option und gilt ein 3D-Disk. Damit werden alle Daten von der Festplatte entfernt. Wählen Sie diese Option also nur, wenn Sie die benötigen Daten nicht auf der Festplatte haben, Continue. Wählen Sie nun das Laufwerk aus, aus dem Sie das System installieren möchten, Continue. Schreiben Sie alle Daten in alle Portion, Verfahren und nochmals fortfahren. Ja zum Bestelligen. Jetzt müssen wir auf die Installation des Systems warten. Allnächstes fragt das System, ob Sie den Group Portloader installieren möchten. Klicken Sie auf Ja und dann auf Weiter. Geben Sie den Datenträger an, auf dem der Portloader installiert werden soll. Wenn die Installation abgeschlossen ist, entfernen Sie den USB-Stick, um das System zu starten und klicken Sie auf Weiter, um den Computer neu zu starten. Der Computer wird neu gestartet und Sie sehen einen Webbrowser-System. Willkommen Bildschirm. Als nächstes müssen Sie eine Lokalisierung auswählen und einen neuen Benutzer anlegen. Starten Sie dann das System erneut und der Raspberry PiOS Desktop wird angezeigt. Wie Sie sehen können, sind hier die folgenden Funktionen verfügbar. Webbrowsing und Internet. Auf dem Desktop finden Sie ein Webbrowsing-Symbol, mit dem Sie im Internet suchen, Webseite zu besuchen und auf Online-Ressourcen zugreifen können. Büroanwendungen. Raspberry PiOS enthält eine Reihe von Büroanwendungen, zum Beispiel ein Textverarbeitungsprogramm, eine Tabellenkalkulation und eine Präsentationssoftware, die Ihnen die Arbeit mit Dokumenten ermöglichen. Programmierung. Sie können mit der integrierten Entwicklungsumgebung Programme in verschiedenen Programmen in Ihren Sprachen wie Python, C++ und anderen entwickeln. Mediacentrum. Mit Raspberry PiOS können Sie Ihren Computer in ein Mediacentrum verwalten, um Filme, Musik und Radio zu hören. Systemeinstellungen. Sie können verschiedene Systemeinstellungen wie Schnittstelle, Netzwerkverbindungen, Updates und mehr anpassen. Dateizugriff. Sie können Dateien und Orden auf Ihrem Computer verpalten, sowie Dokumente und Mediendateien anzeigen und bearbeiten. Diese Funktionen zeigen die Vielfalt der Angaben und Projekte, die mit dem Raspberry PiOS durchgeführt werden können und machen es zu einem praktischen Tools zu, das Lernen, die Kreativitäten und die ältlichen Aufgaben. Werfen wir nun einen Blick auf den Prozess der Datenwiederstellung von Raspberry PiOS. Die Wiederstellung kann im Falle einer verständlichen Loschung von Dateien, eines Ausfalls des Betriebssystems, eines Geräteausfalls oder anderen und vorgesehenen Situationen erforderlicher sein. Im Falle eines Datenverlustes, egal auf welchem Laufwerk oder Gerät des Betriebssystems installiert ist, sei es ein normaler PC oder ein Raspberry Gerät, sollten Sie als erstes das Schreiben auf den Datenträger oder die Speicherkarte stoppen. Dadurch wird verhindert, dass verlorene Deteile überschrieben werden und die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Wiedererstellung wird erhöht. Wenn Sie eine Sicherungskopie haben, ist es am besten von dieser wieder zu stellen. Wenn Sie keine Sicherungskopie haben, was häufig der Fall ist, benötigen Sie ein spezialisiertes Datenverlustprogramm. Verwenden Sie Headman-Praktischen Recovery. Es unterstützt alle gängigen Dateisysteme und hilft Ihnen, Daten wiederherzustellen, die durch versentliches Loschen, Formatieren, Systemabstöße und so weiter verloren gegangen sind. Um Daten wiederherzustellen, empfehlen Sie den Datenträger oder die Speicherkarte Ihres Raspberry Pi und verbinden Sie ihn mit Ihrem Windows-PC. Wenn es sich um eine Festplatte handelt, schließen Sie sie an den SATA-Anschluss an. Wenn es sich um eine Speicherkarte handelt, benötigen Sie zusätzlich einen Kartenleser, der Ihnen hilft, die Daten von der Karte zu lesen. Laden Sie Headman-Praktische Recovery herunter, installieren Sie es und starten Sie es. Das Programm scannt automatisch die angeschlossenen Laufwerke und zahlt Sie im Hauptfenster, dem Laufwerk-Manager, an. Hier sehen Sie die Kapazität, das Dateisystem und andere Parameter. Um nach verlorenen Dateien zu suchen, klicken Sie mit der Rechner-Maus-Taste auf das Laufwerk und wählen Sie Öffnen. Wählen Sie dann die R der Analyse, Schnellsuche oder verschiedene Analyse. Es wird empfohlen, zunächst eine Schnellsuche durchzuführen, da diese wenige Zeit in Anspruch nimmt. Wenn das Programm nach einer Schnellsuche nicht die gewünschten Dateien findet, führen Sie eine verschiedene Analyse durch. Gehen Sie dazu zurück zum Hauptfenster des Programms. Gehen Sie mit der Rechner-Maus-Taste auf den Datenträger, Neue analysieren, verschiedene Analyse. Geben Sie dann das Dateisystem an. Sie können die Suche nach Inhalt deaktivieren, um den Prozess zu beschleunigen. In komplexeren Situationen müssen Sie die Analyse mit Suche nach Inhalt durchführen. Weiter. Offen Sie dann den Ordner, in dem Ihre Dateien gestaltet werden. Der Hauptvorteil von Heidman Praktische Recover ist, dass die umsprünglichen Dateinamen und die Ordnerstruktur behalten werden, sodass der Widerstellungsprozess so intuitiv und bequem wie möglich ist. Darüber hinaus bietet das Programm eine Vorschau der Dateienhalte, bevor sie wiederhergestellt werden, sodass Sie sicher erkennen können, dass Sie genau die richtigen Daten wiederherstellen. Der Erhalt der einzelnen Dateien wird im Vorschaufenster angezeigt. Zuvor gelöschte Dateien sind entsprechend markiert. Markieren Sie alles, was Sie wiederherstellen möchten und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie den Speicherort, den Datenträger und den Ordner an, indem Sie die Daten speichern möchten und klicken Sie dann erneut auf Wiederherstellen. Wenn Sie fertig sind, befinden sich alle Dateien in dem angegebenen Verzeichnis. Darüber hinaus bietet Heidman Praktische Recovery zusätzliche Funktionen, die bei der Datenwiedererstellung sehr nützlich sein können. Eine dieser Funktionen ist die Möglichkeit, Disk-Images zu erstellen. Damit können Sie eine exakte Kopie eines bestätigten Datenträgers oder Medios speichern, sodass Sie später eine Datenwiedererstellung von diesem Abbild durchführen können. Das Erstellen eines Disk-Images mit Heidman Praktische Recovery bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene für Ihre Daten. Wenn Sie in eine Situation geraten, in der ein Datenträger physisch beschädigt ist und eine direkte Datenwiederstellung sein könnte, können Sie mit einer Kopie Ihrer Daten arbeiten und gleichzeitig das Risiko zusätzlicher Schäden minimieren, indem Sie ein Disk-Image erstellen. Um das Abbild zu speichern, klicken Sie mit der Rechnung als Taste auf den Datenträger und wählen Sie die Option Datenträger speichern. Sobald das Disk-Image erstellt wurde, können Sie eine Datenwiederstellung anhand des Images durchführen. Um das Image in das Programm zu laden, klicken Sie auf Tools – MomDustry. Heidman Praktische Recovery bietet also nicht nur für gesamte Methoden zur Datenwiederstellung, sondern auch Tools zur Erstellung von Disk-Images, was ein zusätzliches Maß an Sicherheit und Vertrauen bei der Verwendung von wichtigen Dateien bedeutet. So, jetzt wissen Sie, wie Sie Ihrem alten Computer neues Leben einhauchen können. Und wenn Sie wichtige Dateien auf Ihrem Raspberry PiOS verloren haben, hilft Ihnen Heidman Praktische Recovery dabei, diese wiederherzustellen. Egal, ob die Dateien versätigt, gelöscht, verschädigt oder aufgrund von Systemfällen verloren gegangen sind, die Software wird Ihnen helfen, Ihre verlorenen Informationen wiederherzustellen und den Datenverlust zu minimieren. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war glücklich für Sie und hat Ihnen geholfen, Ihre verlorenen Dateien wiederherzustellen. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Heidman Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank für Zuschauen. Auf Wiedersehen.